Herr Fogt, zurzeit ist das Thema Personenfreizügigkeit omnipräsent. Um was geht es hier konkret? Personenfreizügigkeit erlaubt den Schweizer im Ausland eine Arbeitsstelle anzunehmen und dann im Ausland zu wohnen. Das gleiche Gegenrecht gilt auch für die EU-Bürger in der Schweiz. Wieso brauchen wir in der Schweiz diese Zuwanderung? Die Schweiz hat eine starke Wirtschaft, speziell im Vergleich zu der Grösse von unserem Land. Wir werden unseren Bedarf Arbeitskräfte nie selber decken können. Das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist, dass wir eine demografische Veränderung haben. Das heisst, es gehen sehr viele Leute in den nächsten Jahren in Pension und es kommen deutlich weniger nahe. Um unseren Wohlstand zu behalten, sind wir also auf die zusätzliche Zuwanderung angewiesen. Es gibt aber vermehrt auch immer zuwanderungskritische Stimmen in der Schweiz. Stichwort sind Wohlstandsverlust, Jobverlust. Wie entgegnen Sie denen angst? Da muss man sich an den Fakten und nicht an den Gefühlen orientieren. Wenn man die Fakten anschaut, so haben wir ein Bruttoinlandprodukt, das wächst. Wir hatten noch nie so viele Leute in der Schweiz, die so viele Erwerbstätige gearbeitet haben. Die Reallöhne steigen. Das sind die Fakten, die für sich sprechen. Eine weitere Sorge ist auch, dass sich Personenfreizügigkeit negativ auf unsere Löhne auswirkt. Ist das wirklich so? Das stimmt überhaupt nicht. Wenn man die Reallöhne anschaut, wie sie sich über die letzten Jahre entwickelt haben, so steigen sie in allen Kategorien. Wir haben zusätzlich auch flankierende Massnahmen, die sicherstellen, dass wir in der Schweiz auch Schweizer Löhne zahlen.